Wie kann er nur? Fragezeichen. Keivan Sufi Siavac legt nach. AfD, Wahlen, blaues Wunder und Schicksalswahl. Ich glaube nicht, dass die Politiker, die uns präsentiert werden, die Menschen sind, die entscheiden, in welche Richtung ein Land oder die Welt geht. Innerhalb diesem Systems gibt es keine Lösung. So aufbereitet worden, dass sie antipatriotische Politik machen und dass sie aus Antideutsch letztendlich bestehen und dass sie den Untergang dieses Landes nicht nur herbeiführen, sondern auch beklatschen. Das sind aber nicht die Politiker, Keivan. Das weißt du aber auch. NATO bedeutet auch, dass die Bundeswehr gestärkt wird, ja, und zwar nicht für Auslandseinsätze, sondern dafür die deutschen Grenzen zu sichern. Und dann kann ich damit leben. Krass, Digga. Das ist schon ein bisschen, gerade ein bisschen weird, Bro. Du kannst aber bei einer Partei nicht erwarten, dass die alles so macht, wie du es gern hättest, weil sonst kannst du gar keine Partei wählen, ja. Deswegen scheiß auf die. Ist so. Keine Wählen, Bruder. Da sagst du es doch selber. Oha, der Ingwer ist scharf. Bro. Ich liebe euch alle, egal ob ihr schwarz oder weiß seid, die spielt keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Love Vlog Highlights. Und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus an die Community. Und zwar ziehen wir uns ein neues Video rein, welches heißt Wie kann er nur? Fragezeichen. Keivan Sufi Siavash legt nach. AfD, Wahlen, blaues Wunder und Schicksalswahl. Ich bin gespannt, was hier passiert. Ich habe, um ehrlich zu sein, schon mal ein bisschen reingeschnuppert. So die erste Minute habe ich mir reingezogen. Ich habe meine Meinung schon sehr oft hier gesagt auf dem Kanal. Ich sage es nochmal trotzdem. Ich persönlich glaube nicht, dass du mit Wählen was verändern kannst. Ich persönlich glaube nicht, dass du als Partei an die Macht kommen kannst, ohne Kompromisse zu machen und dich kontrollieren zu lassen auf eine gewisse Art und Weise. Ich glaube nicht, dass die Politiker, die uns präsentiert werden, die Menschen sind, die entscheiden, in welche Richtung ein Land oder die Welt geht. Innerhalb diesem Systems gibt es keine Lösung. Das ist meine persönliche Meinung. Aber wir gucken mal, was der Keivan dazu sagt. Ich liebe euch auf jeden Fall. Lasst einen Daumen nach oben, da schreibt ein Kommentarchen, abonniert den Kanal. Werdet Mitglied hier auf diesem Kanal, unterstützt mich gerne und lasst auch gerne ein paar mehr Kommentare mal da. Ich durfte jetzt eine Woche keine Videos hochladen wegen angeblicher Verbreitung von Verschwörungstheorien. Und der Algorithmus muss wieder angekurbelt werden. Deswegen würde ich mich auf jeden Fall für ein paar Daumen nach oben und ein paar Kommentarchen, würde ich mich auf jeden Fall freuen. Ich liebe euch. Peter geht los, Digi. Und los. Gestern habe ich ein wirklich für meine Verhältnisse extrem kurses Video aufgenommen, ein sogenannten Shorty unter eineinhalb... Shorty? Heißt das nicht Shorts? Der sagt Shorty, Digga, geil, Alter. Bruder, das macht ihn schon wieder sehr sympathisch gerade. Hallo Community. Gestern habe ich ein wirklich für meine Verhältnisse extrem kurses Video aufgenommen, ein sogenannten Shorty unter eineinhalb Minuten. Und in diesem Video habe ich euch aufgenommen. Shorty, ehren, man. ...fordert den September zu nutzen, um euch an den Landtagswahlen zu beteiligen. 1. September wird ja gewählt in Thüringen und Sachsen und am 22. in Brandenburg. Und ich habe euch aufgefordert, diese Regierung ein blaues Auge zu verpassen und ja, diesem Land ein blaues Wunder. Und das führte dann zu heftigen Reaktionen im Netz und viele verstanden die Welt nicht mehr. Wieso denn ausgerechnet ich jetzt auffordern würde, zur Wahl zu gehen, wo ich doch jahrelang gepredigt habe in all meinen Sendungen. Wählen kann man total vergessen. Wählen bringt überhaupt nichts. Und das wäre für die Tonne. Und außerdem, wenn die AfD, das ist ja gemeint mit der blauen Partei, wenn die AfD ans Ruder käme, dann würde sich ja kaum irgendwas ändern. Das wäre ja auch wieder Blackrock, das wäre ja auch wieder Kartell. Und für die Menschen in Gaza würde das auch nichts Gutes bedeuten. Ist so? Die stehen ja 100% hinter Israel. Ist so? Sie wären total irritiert und erwarten Erklärung. In einem Shorty mit einem... Shorty. Sorry. Sorry. Wir bleiben ernst. Ernstes Thema hier. Eineinhalb Minuten kann man keine Erklärung abgeben. Und ich dachte eigentlich, nach all den Jahren, was ich von mir gegeben habe, dass natürlich klar sei, wie das gemeint sei. Und der Subtext würde sich erklären. Aber offensichtlich gibt es ein paar Leute, die erst vor zwei Tagen an Politik teilnehmen und immer noch nicht verstanden haben, was ich dachte, was die meisten schon verstanden hätten. Aber an dieser Stelle, die meisten haben es verstanden, denn es gab nur sehr wenig Kritikpunkte. Aber für alle, die sich fragen, was ist denn jetzt mit ihm los, er ist völlig... Deos sagt, damit die Leute sehen, dass sich nichts ändert. So, das sage ich dann auch immer am Ende des Tages so. Ich bin ja auch jetzt nicht so ein fanatischer Anti-AfD-Guy, der jetzt irgendwie so, oh Digga, wenn du AfD willst, bist du ein Nazi und so eine Sache. Weißt du, ich meine so, gar nicht. Null. Ich vertraue in das System nicht und deswegen vertraue ich auch der AfD nicht. Und ich weiß, dass die Rattenfänger sind und jetzt die Stimmen reinholen mit, weil die das sagen, was die Bevölkerung gerade hören möchte. So, ist eine gute Position und ich verstehe das auch. Und ich weiß auch, dass das funktioniert. Weil immer noch genug Menschen einfach darauf warten, bis irgendjemand einfach sagt, was die denken und dann vertrauen die denjenigen so. Weißt du, dann sollen die denen vertrauen, sollen die die wählen, dann sollen die den Bundeskanzler stellen und dann sollen die alle ihren Aufwachmoment bekommen, wenn die in der Regierung sind, dass sie die gleiche Scheiße durchziehen werden, wie alle anderen vorher auch und ihre Versprechen nicht halten werden. Das ist meine persönliche Meinung. Also, das müssen die aber dann auch akzeptieren. Durchgedreht und ich gehe jetzt nicht nach München, wo er angeblich spricht. Da spricht er gar nicht. Er hat eine Videobotschaft aufgenommen. Ich gehe da nicht hin. Ich habe keine Zeit, was das jetzt sein soll mit der Wahl und so. Aber das war jetzt ein längeres Video und kein Shorty, ja? Gut. Wahlen bringen nichts. Da bleibe ich bei. Wahlen bringen dann nichts und wählen gehen bringt da nichts, wenn derjenige, der wählt, nachdem er zur Wahl gegangen ist und mal ein anderes Kreuz an einer anderen Stelle gemacht hat, danach genau das tut, was er vorher getan hat, dass er einfach passiv bleibt und ein politischer Analfabet, der denkt, naja, jetzt habe ich eine andere Partei gewählt und alles andere ändert sich von selbst, aber ich werde mich nicht ändern. So funktioniert Politik nicht. Und das habe ich jahrelang erklärt, okay? Wann dringt das in eure Köpfe ein? Also, aber, aber, wenn du wählst, aus Überzeugung eine Partei wählst und danach das bleibst, was du mit der Wahl eigentlich tun solltest, nämlich ein Störenfried in der Demokratie, jemand, der stänkert, wenn die Partei nicht das tut, was sie behauptet hat, was sie tun würde, der permanent nervt bis zu den nächsten vier Jahren, wenn die Partei, die er gewählt hat, dann plötzlich vom Kurs abweicht und das Gegenteil von dem tut, und wenn du das nicht tust, also wenn du nicht sagst, ab jetzt bin und bleibe ich ein politischer Mensch, ja, ich nerve, ich gehe auf die Straße, ich kaufe anders, ich mische mich ein, ich bin... Alles wichtige Sachen? Ich bin jetzt ein sehr unbequemer Demokrat für die Regierung und für die gerade angesagte Partei, die ich gerade gewählt habe. Wenn du das nicht machst, dann bringen Wahlen tatsächlich nichts. Manchmal, ähm... Das kannst du halt auch machen, ohne wählen zu gehen, ne? Will ich hier nochmal kurz mit reinwerfen an der Stelle, wenn ich das so sagen darf. Du kannst, du kannst dich verändern, bewusster werden, gucken, was du tust jeden Tag und ein unangenehmer Bürger sein, so wie ich das zum Beispiel auch bin und dann bekämpft werden von gewissen anderen, äh, 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 ja, Leuten. Du kannst das auch, ohne wählen zu gehen, weißt du? Du musst jetzt, du musst jetzt nicht unbedingt wählen gehen, um ein unangenehmer Bürger für die, für die aktuelle Regierung zu sein, und so. Also, das würde ich nochmal hier kurz mit reinwerfen. Ja. Muss man allerdings zugeben, dass es Situationen gibt, in diesem Fall eine Schicksalswahl, wo sich ein ganzer Kurs eines Landes ändern kann. Was unterscheidet denn jetzt eigentlich die AfD, wenn es einen Unterschied gibt? Es gibt ein paar Unterschiede, aber was unterscheidet die AfD von anderen Parteien? Die AfD ist die einzige Partei, zu der man sagen kann, sie ist eine patriotische Partei. Das heißt, es ist eine Partei, die ja zu Deutschland sagt, also zu unserer Heimat. Alle anderen Parteien sind über Dekaden der amerikanischen... Krass. Hätte ich jetzt so nicht erwartet, um ehrlich zu sein. Weil wer sagt denn, dass sie wirklich patriotisch sind und dass sie wirklich sich um das Land kümmern und, und, und ein Interesse daran haben? Wer sagt denn, dass sie das nicht einfach nur erzählen, damit die gewählt werden? So wie alle anderen Parteien vorher auch. Die Parteien haben uns immer schon irgendeine Scheiße versprochen und dann nicht eingehalten. War schon immer so. Seitdem es Parteien gibt, ist das so. Also, I don't know, Bro. Ich vertraue denen einfach nicht mehr. Die können erzählen, was die wollen. ...Hirnwäsche, ähm, so aufbereitet worden, dass sie antipatriotische Politik machen und dass sie aus Antideutsch letztendlich bestehen und dass sie den Untergang dieses Landes nicht nur herbeiführen, sondern auch beklatschen. Das sind aber nicht die Politiker, K-Iwan. Das weißt du aber auch. Ich weiß gar nicht, warum wir jetzt, warum, ich verstehe das nicht, Digga. Du weißt ganz genau, dass das nicht die Politiker sind, die uns präsentiert werden. Diese Baerbock oder dieser Scholz oder diese anderen Chaoten, die eigentlich nicht mal einen geraden Satz reden können. Das sind nicht die Leute, die Deutschland kaputt machen. Das sind größere Mächte hintendran. Das wissen wir doch alle. Das ändern zu können, brauchen wir eine politische Kraft, die zumindest jetzt ganz laut sagt, dass wir wieder souverän werden sollen als Deutschland. Und wie ließe sich diese Souveränität in Teilen herstellen? Erst einmal natürlich, wenn man sagt, einen Blick mal, es gibt da Menschen in Übersee, die wollen nicht, dass wir russisches Gas kaufen und das werden wir dann tun. Das hat die AfD ja versprochen. Die AfD hat versprochen, dass wenn sie ans Ruder kommt, und ich erkläre gleich mal, das wird Step sein, dass sie dann wieder dafür sorgen wird, dass wieder mit Russland wirtschaftliche und freundliche Beziehungen aufgebaut werden und dass wir wieder zu russischem Gas kommen. Und wenn wir zu russischem Gas kommen, dann wird sich dieses Land wirtschaftlich erholen. Und ohne, dass sich dieses Land wirtschaftlich erholt, machen wir gar nichts. Ich spreche ein bisschen schneller, damit es nicht so lange dauert, okay? Also meine original Geschwindigkeit. Also, wenn wir kein Geld mehr in der Tasche haben, weil dieses Land pleite ist, weil es Millionen von Flüchtlinge reinholt, die wir ja auch nicht haben wollen, die uns ja auch geschickt werden, die wir nehmen müssen, weil da gibt es so irgendeinen Geheimdeal, sonst lässt sich Frau Faeser ja gar nicht verstehen. Das ist ja nicht ihre Idee, da fehlt ihr ja der Grips dazu. Also wenn wir das erstmal unterbinden, wo da das Geld zum Fenster rausgeschmissen wird und wir gleichzeitig dafür sorgen wollen, dass die Deindustrialisierung dieses Landes, dass die gestoppt wird, dann müssen wir eine Partei unterstützen, die vorgibt, genau das als erstes zu tun. Dann müssen wir eine Partei unterstützen, die vorgibt, genau das als erstes zu tun. Basis, ein Fundament, damit wir wieder autark werden. Danach wäre super zu sagen, okay, und ich weiß, sagt ja auch die AfD, die sagt ja ja zur NATO. Aber sie sagt ja zur NATO, indem die NATO-Soldaten in der NATO-Area bleiben, also nicht wie jetzt out of area und indem sie sagt, NATO bedeutet auch, dass die Bundeswehr gestärkt wird, ja, und zwar nicht für Auslandseinsätze, sondern dafür die deutschen Grenzen zu sichern. Also ich muss ganz ehrlich gestehen, so, ich habe ja, ich mag den kennen, das wisst ihr auch alle so. Das, was er hier sagt, kann ich nicht unterschreiben. So, das Einzige, was ich unterschreiben kann, ist das, was er am Anfang gesagt hat, dass man ein unangenehmer Bürger ist und einfach halt sich selbst verändert und dann ja selber für sich die Entscheidungen trifft, die unser Land in eine bessere Richtung treiben würden, wenn wir alle diese Entscheidungen treffen würden. Aber ich glaube nicht, dass eine Partei dabei wichtig ist, so. Ich glaube, dass jeder Einzelbürger sich verändern muss und dann kann man auch das Land wieder verändern. Und indem sie sagt, NATO bedeutet auch, dass die Bundeswehr gestärkt wird, ja, und zwar nicht für Auslandseinsätze, sondern dafür die deutschen Grenzen zu sichern. Und dann kann ich damit leben. Krass, Digga. Das ist schon ein bisschen, gerade ein bisschen weird, Bro. Thema Israel, sagt die AfD eindeutig, dass sie voll an der Seite von Israel stehen. Das sagt übrigens auch Donald Trump, ja. Also wer Donald Trump gut findet, weiß, er hat da jemanden, und der ist im Kopf auch ein bisschen zionistisch. Du kannst aber bei einer Partei nicht erwarten, dass die alles so macht, wie du es gern hättest, weil sonst kannst du gar keine Partei wählen, ja. Deswegen scheiß auf die, ist so. Keine Wählen, Bruder, da sagst du es doch selber. Oha, der Ingwer ist scharf. Bro. Du kannst am Ende des Tages doch nur das geringere Übel wählen und ich glaube, dass die AfD im Moment das geringere Übel ist. Warum? Das geringere Übel wählen, Digga. Ich hätte niemals gedacht, dass sowas aus seinen Mund mal kommt wieder. Der September ist der Monat, wo in Sachsen, in Thüringen und im September die AfD stärkste Kraft werden könnte. Und ich gehe davon aus, ja. Ich wünsche ihr 35 Prozent, vielleicht werden es sogar mehr. Und wenn das so ist... Was haben die mit dem gemacht, Digga? Dann können alle anderen Parteien, auch die Ampelparteien, die unter ferner Liefen laufen werden und auch das BSW mit der CDU nur noch Politik gegen die AfD-Position machen. Das heißt, die können gar keine Politik mehr machen für etwas, sondern nur gegen das. Egal, was die AfD möchte, sie müssen immer dagegen sein. Und wenn die AfD tolle Sachen für Deutschland möchte, dann darf das BSW und die CDU und wie sie alle heißen nicht dafür sein, weil sie dagegen sein müssen. Und das bedeutet Neuwahlen. Versteht ihr? Die AfD als stärkste Kraft in Thüringen, in Sachsen und im September am 22. in Brandenburg deutet, das ist eine Art Schneeball, der eine Lawine auslösen kann. Und diese Lawine brauchen wir. Danach wird es Neuwahlen geben und ich bin sehr gespannt, wie die ausgehen. Warum nicht andere Parteien, wie die Tierschutzpartei oder das Bündnis Sarah-Wagenknecht? Weil das Bündnis Sarah-Wagenknecht zum Beispiel zur NATO gar nichts hat. Ob er gleich schon gesagt hat, Brandenburg, AfD, da ist sie dabei, obwohl es da große Schnittmengen gibt, ja, aber darf sie ja nicht, weil sie dagegen sein muss. Deswegen ist sie auch aufgebaut worden. Die Frau aus dem Nichts, die Partei aus dem Nichts, hat da jemand geholfen? Nein, 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 hat keiner geholfen. Ich gehe jetzt nicht ins Detail, ich bin echt genervt davon. Okay, also, die Partei aus dem Nichts... Da ist sie jetzt kritisch wieder. ...Sara Wagenknecht, die gar nicht... ...personal hat, die kommt plötzlich aus dem Nichts und teilweise beklatscht und sagt als erstes gleich, sie möchte mit der CDU. Das heißt, soll ich das dann empfehlen? Ja, dann geht's genauso weiter. Bruder, das ist alles die gleiche Bande. Keifer, du weißt es doch. Bro, komm zurück. Cousin. Es geht genauso weiter, denn dann macht das BSW mit Mr. Blackrock die nächste Regierung, da wird der vielleicht sogar Bundeskanzler, man weiß es nicht. Und dann sieht's genauso scheiße aus. Ja, und zum Thema, ja, aber was ist denn da mit Israel und was ist denn eigentlich dann mit Gaza? Welche Partei sagt denn eindeutig, wir stehen hinter Gaza und wir brauchen eine Zwei-Staaten-Lösung? Das, was Israel da treibt seit 1948, das geht so gar nicht. Wer sagt das denn? Das muss jeder Bürger einfach sagen. Scheiß auf Parteien. Bruder, Herr, ich will jetzt nicht zu intensiv, aber scheiß auf Parteien, die werden nie das tun, was für uns Menschen das Beste ist. Guten Morgen. Nie. Was die Linken? Nein. Sagt es die SPD? Nein. Sagt es die ESU? Nein. Sagt es die FDP? Nein. Ja, habe ich eben vergessen? Ja, also, wer sagt? Sarah Wagenknecht? Nein. Alle uneindeutig, uneindeutig, ja. Das heißt, es gibt keine Partei in Deutschland, die sagt, also, das läuft so nicht. Gibt es nicht. Gibt es nicht. So. Und deswegen ist es kein Ausschusskriterium. Ja, aber wenn nicht die AfD, dann sind die ja genauso. Wenn wir, was das angeht, etwas ändern wollen, dann können wir eine Partei, die sagt, sie möchte gerne, dass Deutschland souverän ist, kann dann auch sagen, wir möchten nicht ständig, ja, in Mitleidenschaft gezogen werden für israelische Politik. Wir enden die Staatsräson. Das gibt es dann auch nicht mehr. Und damit das ins Programm aufgenommen wird, gibt es nur eine Möglichkeit. Wir müssen sie in Amt und Würden bringen und dann auf der Straße bleiben, sagen, schön, wir haben euch jetzt als Steichbühel da reingeholfen und jetzt kommen andere Forderungen. Das ist Step by Step. Und das ist das, was ich mir wünsche, okay? Ich weiß natürlich, dass wenn die AfD mal irgendwann stärkste Kraft werden sollte und man mit ihr zusammenarbeiten wird und bei Neuwahlen und so weiter und so fort, dass dann teilweise wieder die Telefone aus Washington klingeln und dass der eine oder andere dann wieder umknicken wird, das weiß ich alles. Aber zum ersten Teilweise, die werden da erst hingelassen mit deren Segen. Sonst würden die niemals da hinkommen, Bro. Die Deals sind schon lange gemacht, Brudi. Die wären niemals zu groß geworden, wenn die nicht schon die Deals gemacht hätten. Bruder, Herr Stegger. Du hast es doch selber gesagt, wenn ein Mensch was verändern möchte, kann er nur was verändern, indem er sich selbst verändert. Das ist die einzige Möglichkeit in der heutigen Welt. Du kannst nichts verändern, indem du eine Partei wählst oder indem du versuchst, im System irgendeine Lösung zu finden. Wir können nur was verändern, wenn wir uns alle selbst verändern. Und uns endlich nicht mehr regieren lassen, sondern uns selbst regieren. Mal würden wir vielleicht einen Weg gehen, dass wir sagen, jetzt ist Schluss mit Besatzung. Weil wir werden besatzt. Wir sind nicht nur militärisch besetzt. Ich sage, Rammstein schließen, Büchel schließen. Wir haben das Head for the for the Ukraine, der Amerikaner hier, alle nach Hause gehen. Also Army go home. Das wäre der erste Step. Und dann könnte man sagen, wir sind auch für eine nicht nur souveräne europäische Politik, wir sind auch für eine souveräne deutsche Außenpolitik. Wir mischen uns nicht mehr in Konflikte ein, die wir nicht eingetütet haben. Und deswegen endet auch unsere Staatsräson. Das kann man alles fordern. Da kann man die AfD eintreten. Da kann man von der Basis her Druck machen. Aber um das tun zu können, braucht man zuerst mal eine Partei, die die Schnauze aufmacht und sagt, ist das gut für Deutschland? Diese Verbindung mit Israel, ist das gut für Deutschland? Dieses immer mit einem Bein im Krieg stehen, dass Politiker von der CDU fordern. Krass. Aber es ist seine Meinung. Am Ende des Tages muss jeder das tun, was er amazing findet. Und wenn er das gerade amazing findet, jetzt AfD-Werbung zu machen und da voll dahinter zu stehen und zu sagen, dass das die Lösung ist und dass das langfristig das Beste für unser Land ist, dann ist das seine aktuelle Meinung. Ich werde jetzt nicht anfangen, den K-Wan zu hassen oder so. Wir haben uns das jetzt hier reingezogen. Das ist jetzt seine aktuelle politische Meinung. Ich kann natürlich ein bisschen enttäuscht sein an der einen oder anderen Stelle auf jeden Fall. Aber ich werde ihn jetzt nicht absägen deswegen. Ich bin gespannt. Ich denke mal, das wird sich bei ihm sowieso wieder schnell verändern. Deutsche Soldaten müssten nach Israel zum Kämpfen. Ist das gut für Deutschland? Nein, das ist nicht gut für Deutschland. Genau wie es nicht gut für Deutschland ist, wenn deutsche Soldaten in der Ukraine kämpfen. Wenn deutsche Soldaten ausländische Interessen von anderen Staaten militärisch verteidigen müssen, frage ich mich, was gebe ich das an? Unsere Aufgabe in Deutschland als eine Nation, die keine Bodenschätze hat, sondern eigentlich nur Wissen in Maschinen gießen kann oder in Maschinenbau oder in eine andere Art von Know-how und das verkaufen kann. Unsere Regierung hat nur eine Chance, wenn sie folgendes tut, wenn sie anfängt... Wie kommt das dann zustande, dass überhaupt solche Extremkriege stattfinden? Das liegt nur daran, weil die Bevölkerung extrem unbewusst ist und weil wir alles mit uns machen lassen und nichts hinterfragen, Bro. Wenn wir bei dem ganzen Scheiß nicht mehr mitmachen würden und wenn wir 80, 90 Prozent spirituell bewusste Menschen hätten, dann könnte das System, so wie es aktuell funktioniert, gar nicht mehr funktionieren, weil wir gar nicht mehr partizipieren würden. Aber dadurch, dass die meisten Menschen halt einfach nur mitmachen und in dieser Matrix so krass gefangen sind, dass sie gar nicht da rauskommen können, rausgucken können, eine Vogelperspektive annehmen können, sind wir erst in diese Situation reingeraten. Was willst du mir denn erzählen? Es ist nicht die Lösung, das geringste Übel zu wählen oder in den Krieg zu gehen oder diese ganze Scheiße zu unterstützen, die hier gerade uns vorgespielt wird. Das ist keine Lösung, Bro. Das ist keine Lösung. Das wird euch nur so verkauft, damit ihr wieder daran teilnehmt und damit ihr wieder eure eigene Stimme abgebt und ja, nicht bei euch behält, so. Und ich bleib da, ist mir scheißegal. Da können alle jetzt anfangen, die ich auch früher gefühlt habe, so wie Kayvan oder andere Leute, jetzt AfD promoten und wieder Lösungen im System suchen und so. Ich hab meine eigene Lösung und davon werde ich predigen bis zum Tod, Bro. Weil ich das Gefühl hab, das ist die ultimative Lösung. So. Souverän zu werden, dass sie nicht die Außenpolitik anderer Staaten durchsetzt. Und da gibt's nicht viele Möglichkeiten. Deswegen noch einmal, es ist völlig richtig, wenn du zur Wahlurne gehst, dein Kreuz machst und danach genau das tust, was du alle Jahre immer schon getan hast, nämlich nix, dann wird sich nix ändern. Wenn du danach aber ein politischer Mensch bleibst, ja, bleibst, ja, oder erst wirst, dann könnte sich was ändern. Und von wem kannst du hier lernen? Ich will es euch sagen, ja. Weil er immer so geschimpft hat auf den Ostdeutschen, die er keine Ahnung hat von Demokratie. Totaler Quatsch. Wenn jemand Ahnung von Demokratie hat, weil es für ihn frisch ist, dann ist das der sogenannte Ostdeutsche, weil der weiß nämlich, wie es ist, wenn sie nicht da ist, okay. Dem also vorzuwerfen, dass er keine Ahnung hat, ist total arrogant. Das ist aber... Ich feiere die Ossis, Digga. So oder so. Egal, ob die wählen oder was die nicht wählen. Ein arrogantes Westtun, das geht mir total auf den Sack. Und wenn man sich daran erinnert, wer die Mauer zum Fallen gebracht hat, dann waren es doch diese ominösen Sachsen, also dieses Dunkeldeutschland. Auch das ist eine totale Frechheit. Die waren auch stabil in der Corona-Zeit so. Gute Demonstrationen gemacht, diese Montagsmärsche und so. Stabil. Diesen Ostdeutschen pauschal entgegenzuhalten, sie werden alle Demokratiefeinde. Ich glaube, wir Westdeutschen, die wir die Demokratie plus geerbt haben, wir haben gar keine Ahnung davon. Deswegen kann ich nur sagen, vom September geht ein klares Zeichen aus, ja, für dieses Land. Aber Leon, jeder muss das für sich selber erkennen und einsehen. Ja, safe, bro. Aber ich reagiere jetzt gerade auf ein Video und gebe meinen Senf dazu ab, weißt du? Und dann lese ich Kommentare und dann gebe ich wieder meinen Senf dazu ab. Ich sage ja nur, was ich amazing finde, beziehungsweise von... Ich sage ja nur, von was ich überzeugt bin. Und das muss ich auch aussprechen und es ist mir auch egal, ob das Leute fühlen oder nicht. Das muss ich dann natürlich auch akzeptieren, dass es einige gibt, die sagen, nein, das ist nicht die Lösung. Du mit deiner Spiritualität, halt deine Schnauze, du bist dumm, dies, das, blablabla, muss ich mir auch anhören. Alles gut. Weißt du? Alles gut. Aber ich muss halt meinen Senf auch dazu abgeben können. Das ist halt wichtig für mich persönlich, das auch so zu machen. Weil ich glaube schon, dass es dem einen oder anderen eventuell dem einen oder anderen einen Denkanstoß geben kann. Weißt du? Und dass er vielleicht nochmal neu drüber nachdenkt. Das würde ich mir wünschen auf jeden Fall. Deswegen mache ich das, was ich hier mache. Jeder hat seine eigene Realität und jeder hat vor allen Dingen auch seine eigene Geschwindigkeit, Dinge zu verstehen oder nicht zu verstehen. Jeder ist auf seinem eigenen Weg unterwegs. Safe. In diesem Fall vom Osten aus. Deswegen das Symbol auch im Hintergrund. Wir haben jetzt die Möglichkeit, als souveräne Wähler uns zu entscheiden, soll die Sonne untergehen in diesem Land oder soll sie aufgehen? Wenn sich also jemand fragt, warum ausdrehen ich blau empfehle, aus diesem Grund. Es ist Taktik. Und Politik ist Taktik. Unter elf Minuten für mich extrem kurz. Ich habe fertig. Geht am 1. September zur Wahl, wenn ihr dort wählen dürft und in diesem Land, Brandenburg, geht am 22. hin und macht das, was ich euch empfohlen habe. Ihr könnt es auch lassen. Ja, aber schwert euch nicht. Werdet souveräne Bürger und macht das, was du Holzig gesagt hast. Hört auf, politische Analphabeten zu sein. Macht euer Kreuz und bleibt danach aktiv auf der Straße. Ich habe fertig. Und dann die Macht der Propaganda. Dass das die Leute feiern, das ist klar. Das ist klar. Wenn ich jetzt ein Pro-AfD-Video machen würde, würde ich auch direkt 20.000 Likes bekommen. Krass, Bro. Ist wie es ist, meine lieben Freunde. Ist wie es ist. Das ist seine Meinung und das müssen wir akzeptieren. So. Ich finde es irgendwie ein bisschen crazy. Ich hätte das jetzt so in der Richtung auch nicht wirklich erwartet, um ehrlich zu sein. Aber es ist okay. Es ist okay. Ich hoffe, der meint das auch wirklich so. Also ich hoffe, der hat das auch vernünftig reflektiert. Weißt du? Und ja, Digga, keine Ahnung. Ich wünsche ihm nur das Beste auf jeden Fall. Schreibt mir eure Gedanken dazu in die Kommentare rein. Ich liebe euch. Wir sehen uns im nächsten Video. Und ja, bis dahin. Macht's gut. Peace out.